Willkommen zu der Grand Final of Saints Row. Okay, wir machen das mal ein bisschen langsam und mit Bedacht. Sehr schön, die öffnen die Verteidigung der Schildträger und ich kann die ganz in Ruhe. Äh, unsere Superkräfte haben wir leider nicht am Start, sonst wäre das Ganze hier ein bisschen leichter. Und Lebensenergie lassen die auch nicht fallen, ist ja merkwürdig. Oh, es geht immer aus dem Weg hier. Oh, immer schön in die Weichteile. Da tut's auch den Aliens weh. Na, komm schon. Okay, ist das hier das Waffenlager? Haha, ich hab Angst. Oh ja, ist ja mal total übersichtlich hier. Ach du Scheiße. Na, komm schon. Minimap probier ich auch nicht gerade am Start. Na, komm schon. Na, komm schon. Okay, okay, okay. Oh, 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 oh. Alter, hier sind ja überall welche. Kann ich ja irgendwas durchrennen? Glaube nicht, doch. Immer schön auf die Füße. Kommt auf die Füße, Männers. Oh Gott, oh Gott, das werde ich jetzt wahrscheinlich bereuen, aber ich versuche einfach mal... ...einfach mal hier durchzurennen. Okay, okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So much. What's gonna happen when we find Zinnyeh? We kill him, motherfucker. I hope you have more of a plan than that. Kill it is its own plan. Ah! Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhiger hey das war perfekt ja 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 ach du scheiße jetzt kommt hier noch so ein Robo Vieh ja Ach Gott jetzt ist hier auch noch einer ach meine Fresse leckt mich am Arsch ja 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 Gut, warum rüsten wir nicht alle mit den Dingern aus? Zeit zum Verwandeln. Habe ich jetzt meine Superkräfte? Let´s finish this. Okay, now all you need to do is make it through the ship's infrastructure, take out all his defenses and thereby clear a path for us to get to Zinyak. No problem. You got the crew? Yep, everyone on board. We'll be right behind you as you clear a path. Äh. Habe ich jetzt verloren? Okay. Ich weiß ja nicht mal, wie ich das Ding steuer. Himmel, hilf. Let´s finish this. Okay, now all you need to do is make it through the ship's infrastructure, take out all his defenses and thereby clear a path for us to get to Zinyak. Okay. No problem. You got the crew? Yep, everyone on board. We'll be right behind you as you clear a path. You're coming up on the defense grid. Touch those beams and you'll be fried. What the fuck? Death lasers? Oh Gott, oh Gott, wer bringt denn seine Verteidigungsstrahlen so an? You'll have to land to find a way to override it. With what? You have power armor, so you have to have some weapons that power... Ach, fuck you, ehrlich. Shit, 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 shit. Okay, aber wir kriegen es so langsam raus. Okay, now all you need to do is make it through the ship's infrastructure, take out all his defenses and then clear a path for us to get to Zinyak. No problem. You got the crew? Yep, everyone on board. We'll be right behind you as you clear a path. You're coming up on the defense grid. Touch those beams and you'll be fried. What the fuck? Death lasers? We're almost to you. No, 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 hold on. The way through is closed. Damn, they activated the blast shield. You'll have some land to find a way to override it. With what? You have power armor, so you've got to have some weapons and powers built in. Use them. I don't think I spent so much time training with superpowers in this simulation. I don't see a control panel. Try to find the power conduits and use your suit to overload them. Oopsie. Very easy. You already sold? Was ist der Fall? Entkommen kann ich. Ich häng grad so ein bisschen fest. Geil. Hat so eine Mischung aus Dead Space und Crysis. Einer wird sich. Es kann nur EINEN geben. Sei ein harter Typ. Ja, aber wenn wir dat nicht sind, dann weiß ich ihn nicht. Ich komme für dich. Und jetzt BAM! Einmal Imperator killen, bitte. KWAMS! Ich habe gedacht, du hättest eine Flair für die Dramatik. Oh, du kennst mich so gut. Ich werde wirklich diese Session missen, wenn ich dich töte. Ja, du kennst dich. Mach dich. Mercutio zu mein Tybbel. Keine Angst. Tybbel dies in der Ende. Ich bin froh, dass du das kennst. Ich habe nicht. Kinzie hat mir gesagt, über die Radio. Du bist ja nicht. Oh, naja, du bist ehrlich. Sie sind immer. Damit du ja nicht lachst, wenn ich sage, ich werde deine Hände wegziehen. Du bist liebbar. Okay, Live Übertragung. Big Brother meets Fußball-WM meets... Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Oh Gott. Oh 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 oh. Das wird doch jetzt bestimmt irgendein Minigame für die Insel wieder. Aua. Ah, wir haben so einen super tollen Kampfanzug hier. Hey, der cheatet. Cheater. Äh. Ich wiederhole. Cheater. Cheater. Ja ne, ist klar. Okay. Okay. Mehrere Plattform. Hier und jetzt, ich werde die Zinn-Empire wieder einmal für warum sie servieren. Sie nie hatten eine Wahl, wer zu servieren. Bis zum jetzt. Bitte. Ich habe viele Welt verletziert. Nur deine Brüder macht dich denken, die Saints würden sie verletzieren. Zinn, das ist nicht Brüder. Das ist Brüder. Oh Gott. Es gibt kein Universum in der Vergangenheit, wo du mich so verletzt hast. Ungleichbar. Du wirst mein größtes Glückwunsch sein! Mit dem Namen, weiter mit dem Fütil! Nicht denken, dass du keinen Platz wirst hier. Du wirst alleine sterben. In der Schmerz des Raum. Alter Schwede Was sagt doch der Typ bescheißt? So, mal ein bisschen hier Kreislaufprobleme, hm? Wow, 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 wow Ganz ruhig, ganz ruhig Ganz ruhig, Boana Ganz ruhig Oh, shit, 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 shit Wowsowsows wievon die da immer wieder wowsowsows wowsowsowsows Ah, ach da oben ist er. Ah? Ah, Heta, du Moguls, du Moguls. Das gibt einen YouTube-Strike, wenn die das sehen, weil du ein Cheater bist und außerdem ganz viele Hater-Kommentare. Boah, hier geh ich mal lieber. Okay, ich glaube, wir benutzen hier echt die Schilde in der Mitte so ein bisschen. Oh, okay, er hat sich erledigt. Die Idee kam, oh. Ich hoffe, du möchtest meine Erachter-Kreationen. Sie sind sehr... freundlich. Was ist der Trick? Nein. Ansonsten auf die C.I.D.s. zeigen sehr viele Explosives in der Mitte. Ich würde sie nicht knacken. Ja, gut zu wissen. Aber mein Hauptproblem ist die Schilde. Die C.I.D.s. seem zu sein, dass sie durch die Schilder sind. Vielleicht werfen sie zurück. Ich gebe es ein Schild, aber ich werde das Schilder brauchen. Sehr gut. I will attempt to find the power sources generating the shield. Keep me updated. What can I say? It's a gift. What? Hm. Nee, ich will mir fragen. What the hell is that? What the hell is that? Okay. Okay... oh ach so das muss man doch mal sagen ja we'll see about that dann schmeißen wir halt die hier dann 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 Da, 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 da... Boah ist das übel Boah fuck you Ehrlich Ehrlich